Kass mal auf jetzt hier, Real Talk, ne? Wir haben hier was ganz cooles und da möchte ich den Sub gerne Habibi-mäßig knutschen, ja? Weil, ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber ich mach jetzt eine fette Reaction zu Halo Infinite Season 5, ja? Die Season... Alter, wir holen bald MCC auf, ne? Wann kommt denn eigentlich Season 9? Ich muss das mal loswerden, Alter. Wie war das mit den... Ja, bis Season 10, alles drin hier. Rein in die Olga, hier MCC-mäßig. Aber ist okay. Season 5 und Season 5 soll ja anders werden als die letzten Seasons und Season 5 wird wild. Ich hab schon einiges gehört, möchte drauf reagieren und deswegen bin ich froh, wenn mein Lieblings-Habibi-Sub da ist, weil das wird uns beiden ziemlich jucken, warum wir... Rein in die Olga-mäßig. Halo Infinite zocken werden. In Season 5. Trailer raus, kam gestern, ich weiß, ich bin Reaction-mäßig zu spät, ist mir scheißegal, lass uns gucken und genießen wir mal die Show. So, Halo 4 Extraction Mode, Returns Remain. Uh, okay. Halo 4 ist wieder am Start, wer weiß, ja? Eine Mino-Welt, es hat gerade geschellt. Weiter geht's. Alter! Was ist das denn? Näh! Näh! Wie asozial ist das denn? Oh, Alter! Ey! Flattmäßig die Waffen! Und das ist es! Das ist es! Das sieht doch so geil aus, Alter! Aber Forge! Da sehe ich... Warum auch nicht? Ich sehe da irgendwie Luca. Boah, geile Map! Ja, habe ich schon mitgekriegt. Halo-Rüstung soll zurückkommen. Und das ist es! Aaaaah! Ja! Das ist es! Aaaaaah! Zap! Zap! Aaaaah! Ich drehe durch! Zap! Wir haben wieder was zu tun! oh geil sub alte hütte bruder bruder was ist hier hast du gesehen lassen wir noch mal eben ganz kurz den trailer noch mal eben schauen alter noch mal eben ganz kurz ja also ein bisschen mit analyse mäßig ja also wieso habe ich hier im untertitel klar xbox muss sein also ich finde das geil gemacht so extraction mode ich kenne hello 4 extraction nicht ich weiß nur ich habe es paar mal so gesehen aber ich habe es nie gezockt weil hello 4 ist das was ich am wenigsten online gezockt habe weil halo 4 einfach nur online mäßig halo 4 für mich einfach nur gottlos war ja also wenn du gottlos auf mutter gehen willst dann zockt dann dann kommt mit halo 4 originale 4 mcc finde ich persönlich hat mir mehr wieder spaß gemacht halo 4 aber ich sag immer wenn du halo mäßig niemanden gottlos auf mutter beleidigen willst dann sagt nur halo 4 online ja so aber ich finde den modus hier cool das ist geil mit diesem ja und guck mal die verwandlung flat mäßig alter ich liebe die flat ich glaube ich bin der einzige typ manchmal kommt dem vor ja gerne latte kriegt bei den flat ich übertreibe jetzt übelst ne aber ich finde die flat richtig nice ich hätte gerne in der findet gehabt ne aber ein lauf mit anlauf schön trocken gab es nicht da guckt ihr das mal an bruder allein der hier der hier der sieht doch hier pervers aus und ich finde das geil wenn ihr diese flat verwandlung zeigen das ist ab so das finde ich das finde ich jetzt pervers böse muss ich dazu sagen ihr seht schon das ist böse schießt du das scheiß ding in ihr ab und das verfolgt dich das ist böse das ist böse alter sieht das geil aus die waffen das finde ich cool gemacht guck mal an guck dir mal da an hier auch hier also also selbst die waffen sind voll von flat infiziert ich finde ich finde schon dass wir es nicht in irgendeiner story wieder haben die flat meiner meinung nach müsste wieder kommen ja gut ich bin jetzt nicht so der fortschritt bin ich ganz ehrlich ja ja ist ja klar die map die sieht doch so geil aus ohne flux jetzt ne also wir mal jetzt real talk die map an sieht schon nice aus und hier soll ich finde das geht eigentlich gar nicht mal so schlecht aber hier soll real talk mäßig halo mark mark 5 war das der in halo 1 scheiß nochmal bin ich alt ich habe vergessen wenn ich am mark 5 war das mark 5 kacke alter das einzige was mir im kopf geblieben ist vieles ist mir in halo 1 im kopf geblieben am mark 5 glaube ich war das ne oder habe ich das vergessen ich meine hat sie mich gesehen also es soll naja das ist jetzt die ganz normale rüstung beim schief aber irgendwo taucht die gleich auf sekunde ach da krieg ich schon wieder ne das ist ja auch die normale ach da kriege ich da werde ich wieder banane alter firefight bruder so hier hier da ist er der halo die halo 1 rüstung ich schwör's dir ich liebe die rüstung altbacken wie ich sieht scheiße aus wie ich aber bruder es ist nostalgie wie ich ach scheiße aber komm auf diese rüstung die will ich hasse ich würde ich würde ich ganz ehrlich ich würde eine wohnung für verkaufen so und zapp das wird gesuchtet firefight ne firefight mit le gut le bei Bis zum nächsten Mal.